An dem Design dieses Flughafens hier kann man wunderbar sehen, welche Möglichkeiten der Nutzung es für den Flughafen gibt. Die Leute checken hier ein, im Terminal, wie ganz normal und gehen dann in den Shuttle und fahren mit dem Shuttle zum Flughafen. Diese Art des Eincheckens wird weltweit an Großflughäfen schon gemacht, selbst in Deutschland. Das ist das sogenannte Air Rail Check-In, also auch nichts Neues, auch keine Erfindung, alles schon eingeübte Geschichten. Wir begrüßen Sie in der Rostocker S-Bahn und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt.